So Leute, jetzt geht's weiter. Ja, kommen wir hier hin. So, du kommst hier hin. Und du hier hin. Perfekt. So, du hier hin. Ich schicke dich auf den Zug, das geht schneller, bis du da hinten bist. Das ist echt. So, ich würde sagen, das hier passt. Ja. So, dann. Hier lang. Hier lang. So, du hier hin erstmal. Und hier hin. So, du hier hin. Du hier hin. So, du hier hin. Du hier hin. Dann kommst du gleich hier hinten dran. Wunderbar. So, du. Hier hin. Und dann schieben wir die Infanterie gleich hier hin, ja. Ja, würde ich sagen, das ist eine gute Verteidigungslinie hier. Das kann man so lassen. So, du kommst hier hin. Ah, Mist. Ja, gut. Ist halt so, ne. Da kann ich nichts machen. So, mit euch versuchen wir dann hier hinter die Linie zu kommen. Na, den kann man ruhig mal hier so stehen lassen. Der kann sich ja dann hier erstmal wunderbar aufreiben. Hm. Pass auf, ich schicke hier ein paar, da hätte ich hier unten zwei Nebelwerbe. Ja, es wäre okay. Das machen wir auch. Das ist da unten, wirklich starke Artillerie-Unterstützung haben. Perfekt. So, dann. Dann gehen wir hier hin. gut du kommst hier hin treibstoff ja eher weiterhin hier lang sie werden nachher da oben sie unterstützen so du hierhin die luftwaffe das akzeptiere ich gerne so jawohl sehr geil kapitel jetzt gut so der jäger hier erstmal hin so hier hier lang der panda bleibt dort die artillerie panzer 4 was ist das für einer j ne j variante ok so das klappt hier auch und dann kann er dann hier dafür zu unterstützung kommen go sehr gut guter hinterhalt so ja der nimmt da die wandlinien ein so gut so machen wir das mal so und so die überlegung wäre vielleicht hier doch zwei drei abzuziehen und dann oben zu unterstützen ich denke das ist eigentlich eine gute idee und wenn er hier durchkommt dann kann ich nicht hier mit ein zwei einheiten stoppen das ist kein problem so die artillerie kommt jetzt mal hier langsam hin durch hier hin die flak so was hast du mir da für ein jäger geschickt ja 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 Okay Hmm Ich meine, wenn er hier durchkommt, ist es auch nicht schlimm Also Dann mache ich halt hier im Notfall zu Oder mache ich hier zu Hier ist ja nichts, was ich jetzt halten muss Nö Von daher ist das eigentlich uninteressant Okay, go Sehr schön War sowas von reingerauscht Die hat gesessen Ja, die hat gesessen Ja, die hat gesessen na ist die überlegung den panther hier hinzustellen ich meine was wir jetzt hier holen wir mal den hier da oben wird nicht viel kommen glaube ich nicht ich zieh dich mal hier ab machen wir das so weil ich muss hier noch jetzt hier gleich begleitschutz geben ihr wartet hier erstmal ab so schicken wir dich da drauf und nein der kommt nicht ran ja gut komm wir riskieren mehr als vier schaden kann er nicht machen da kann ich hier vielleicht irgendeinen da kommt auch nicht ran komm schon du vielleicht fehlt allen ein punkt so wie gesagt jetzt ziehen wir noch ab ihr werdet da hinten unterstützen so 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 okay go ja die luftlaufe ist enorm ist enorm so scheiße stark dazu so so die panzerabteilung 253 wurde in den so tag werde mit neuen fahrzeugen ausgestattet und steht nun unter ihrem kommando okay also wir packen jetzt mal hier aus wunderbar 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 so 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 und auch hier hin ja so weiter geht's da ist wirklich nichts drin das ist ja Hammer so der bleibt hier mal stehen könnten mal hier hin hmm 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 könnten wir ja mal gucken ob wir da was machen können so dann go okay er hat da einige Panzereinheiten hmm 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 also er steht da mit seinen truppen und weg mit dir werden früher oder später hier hoch müssen deswegen ist das hier eigentlich wachsinnig mehr vielleicht mal wieder ab brechen wieder ab ich muss ja früher oder später da hoch und offensiv starten ist das jetzt hier eine schwachsinnige idee gerade von mir so wunderbar da oben das kriegen wir dann irgendwann müssen wir jetzt noch nicht uns großartig jetzt drum kümmern ich habe das gefühl dass das hier irgendwie ist da gar nichts passiert dann würde ich mal hier hin wenn das wetter jetzt schlecht bleibt kann ich dich ja eigentlich abziehen sollte ich auch tun auf der rammer hier hin und dann du ich verstärken wir hier weiter ihr haltet weiterhin hier die linie das ist ja permanent rein aber ich muss gucken dass ich jetzt hier echt die artillerie verstärkung oh ok ja artillerie schützt jetzt oben wenn da oben ist das kommt oh ja oh ja aber das ist nicht schlimm das ist gut dann weiß ich schon mal was hier abgeht das war aber auch zu erwarten ohne hier weg die panzerabwehr hier raus weil das bringt mir hier nichts du hier hin du hier hoch und du ebenfalls hier hoch ich überlegen wäre natürlich hier so ein bisschen reinzulassen aber so hier drauf wir könnten den aufklärer hier hinstellen ich denke das werde ich auch tun dass wir den aufklärer hier hinstellen und dann den panda dann nochmal hoch schicken ich werde sie hier hin hier hinten abwerfen und dann gehen wir dann hier so hinten hinter die linien ich denke das ist sinnvoller ja so dann gucken wir dich jetzt aus da und aus ok keine art hier oben nicht gut die infanterie hier einiges leisten dann so ja dann wird er hier runter kommen ja das war zu erwarten ist ein panda vielleicht hier hin und dann den königstiger da hoch noch schicken vielleicht sogar wäre auch eine idee ja die überlegung bombe hier runter zu schicken ok dann machen wir noch den k.i.zug warten wir mal ab ja gegen so ein scheiß ihres zwei hast du einfach nicht diese wir schicken den königstiger nach oben weil ich denke hier wird nicht mal so viel kommen ja wir werden den königstiger hoch schicken aber das machen wir alles beim nächsten mal das war es von dem part bis dann und ciao 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 ciao